Uttita Pada Paschimottanasana ist die aufgerichtete Vorwärtsbeuge oder auch die mit Bein aufgestellte Vorwärtsbeuge. Es gibt zwei Variationen, zwei Asanas, die Uttita Pada Paschimottanasana heißen. Zunächst Uttita Pada Paschimottanasana als normale stehende Vorwärtsbeuge. Von der Stehhaltung ausgehend beuge dich nach vorne. Fasse dabei entweder mit den Händen um die Zehen oder mit den Händen an die Fußgelenke oder die Waden. Es gibt viele Variationen davon. Uttita Pada bezeichnet hier, dass du die Beine aufgestellt hast und dann in die Vorwärtsbeuge Paschimottanasana kommst. Eine zweite Asanas, zweite Yoga-Stellung, die so bezeichnet wird, ist ein Fuß aufgestellte Vorwärtsbeuge. Aus der Stehhaltung gib einen Fuß ein bisschen weiter nach vorne, nicht so weit wie für das Dreieck, aber vielleicht einen Viertel bis halben Meter nach vorne. Dann hebe die Arme hoch und beuge dich über das vordere Bein. Und so hast du Uttita Pada, den nach vorne aus aufgestellten Bein und darüber machst du Paschimottanasana, intensive Dehnung des Rückens. Beide Variationen helfen, die Vorwärtsbeuge zu kultivieren, helfen Akupunkturpunkte an der Rückseite des Beines und am Rücken zu stimulieren, sind gute Übungen, um die Wirbelsäule flexibel zu halten, die Rückenmuskeln zu entspannen, die Bandscheiben gesund zu erhalten und auch um neues Blut zum Kopf zu bringen, weil der Kopf tiefer ist als das Herz. Uttita Pada Paschimottanasana gehört zu den Stehhaltungen, den Vorwärtsbeugen und zu den halben Umkehrhaltungen.